Die Linke in Sachsen-Anhalt kämpft gemeinsam mit vielen Arbeitslosenvereinen und mit Betroffenen gegen Hartz IV. Das haben wir schon immer getan, das werden wir auch weiter tun. Ganz praktisch versuchen wir zum Beispiel im Wahlkreis Anhalt als Bundestagsabgeordnete, als Kommunalpolitiker und mit Betroffenen eine warme Mahlzeit für alle Kinder in der Grundschule durchzusetzen. Auch und gerade für die, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. Das gebietet die Menschlichkeit, dafür streiten wir. Wir wollen im Großen auf der Bundesebene Hartz IV überwinden, aber wir wollen auch vor Ort, etwa durch unsere Hartz-IV-Infotage mit einer Rechtsanwältin Betroffenen, konkrete Hilfe leisten, sich um die Alltagsprobleme zu kümmern und darum wollen wir auch weiterhin als Linke in den nächsten Monaten mit Betroffenen, mit linken Kommunalpolitikern und auf der Bundesebene gegen Hartz IV angehen. Dafür stehen wir, dabei bleiben wir.